So, wie ging das Spiel denn überhaupt? Oh, jetzt habe ich irgendwas anderes angeklickt. Ich dachte, ich würde doch Einstellungen machen. Egal. Achja, stimmt. Wir haben jetzt Starboard-Einstellungen. Was? Wo starten wir? Was? Hä? Was? Ach, das ist eine Custom Workshop? Ja, aber was ist das für eine Map? Die ist sozusagen, hey, wir sind jetzt unter dem Zoo. Die Idee. Ach so, man kann ja schwingen. Au. Okay, jetzt in die Richtung. Oh, da kannst du übelst guten Bus mitnehmen. Moment. Ach, wir müssen nachher nicht da lang. Verdammt. Verdammt. Die Map ist eigentlich ganz cool, ne? Ja. Wenn man jetzt nicht... Oh, okay. Ich dachte schon. Mensch. Was? Was? Nein! Nein! Ich habe gewonnen. Easy. Der ruft mich gerade an. Ich nicht. Äh, gehe ich kurz ab, klar. Ja, komm, wir sind doch zu McDonalds. Ja, ich meine. Ich bin schon hier oben. Hier geht's nicht lang. Ich bin schon hier oben. Ist Johnny jetzt ein Bot gewesen oder was? Ich glaube schon. Stark. Ich auch nicht. Vielleicht tut er noch so. Vielleicht telefoniert er, äh, Prime. Ah, ich hab's. Ich weiß welchen Service ich starten muss. Easy. Easy. Willst du mit deinen Cheats funktionieren, oder? Willst du mit meinen Cheats funktionieren? Yeah! Ready to play! Wo ist das denn jetzt angewiesen? Ich hab aber keine Ahnung. Jetzt geht's hier lang wieder. Dann komm ich jetzt zum Speedrunner. Was? Nein! Nein! Nein, was ist das denn für eine Komplett? Das ist meine Map. Das ist meine Map. Ich weiß nicht, wo du lang bist. Das ist wieder die seltsame Map mit dem Booster, wo man ewig im Kreis ist. Nee, das ist eine andere Map. IT war super. Kann losgehen von mir aus. Ich nicht. WTF hast du den Charakter wieder? Nee, weil Johnny wieder den Charakter genommen hat. Ist ein Arsch. Warum kannst du das umgehen? Johnny. Johnny. Johnny, du wolltest doch den Hund nehmen. Nee, ich will es so machen. Ist okay. Verdammt. Weil das letzte Mal hat Johnny nämlich seinen Charakter gewechselt. Ich hab seinen genommen. Und er war verwirrt. Was? Aber wir machen ohne Map zerstören. Also ohne Raketen. Ohne Raketen. Ohne Raketen. Ohne Raketen. Ohne Raketen. wirklich? Natürlich, wenn der Zerstörer anmeldt. Na gut. Eine und drei gibt's. Den Hook find ich trotzdem nicht schlecht. Gibt's nicht. Naja, aber wenn wir hier jetzt... Wenn wir hier jetzt nur auf... Hier kommt der jetzt doch... Na ja. Wir haben das vorhin... Der Herzrückstand hat das gemacht, dass ich eh schon eingestellt hab. Fantastisch. Was ist denn da noch eigentlich? Krieg ich gar nicht. Ist das eine Night Club? Natürlich kennst du die Johnny. Nein, weil wir hängen. Nein. Ach, Alter. Es ist Night Club. Wow, da ist eine Rakete hinter mir. Wow, ich hab sie mitgenommen. Nein. Nein. Die nächste hinterher. Auf den leichten Legs sieht man, glaube ich, irgendwie schon von den Down-Racks. Ah, fuck. Ich hab's da kackt. Also mein Down-Racks ist zu Ende. Das ist verdammt. Ich, wow. Ich, wow. Man kriegt Schafen hier in der Lücke. Okay. Oh, wow. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Hier ist ein Loch. Der kann das noch durchbomben, Leute. Goddammit. Hier ist gleich richtig hart. Nee, bei mir nicht. Ja, bei mir ist alles gut. Boah. Wieder Raketen. Wow. Das ist sogar ausgeglichen. Wow, fuck. Hättest du mal den Ebel umlegen können? Nee, das ist halt umfassend. Nein. Oh, fuck. Wow. Ich fang hier wieder runter. Wow. Ich hab schon den Ebel aufgemacht. Das war ja auch nicht, verdammt. Boah, fuck. Ich seh doch so nichts, Richard. Das Wichtigste ist bei mir, ist sie einfach einfach mal schweben. Das ist halt ein Feuerzeug mit 3er. Wenn schon, denn schon. Also mit 3 Raketen ist es so fällig. Das ist so schön. Oh nein, er hat noch eine. Oh, fuck. Oh, fuck. Du bist da reingepackt. Bei ihm ist gleich ein Lochbau. Ja, bei mir war da ein Loch, ja. Ja, bei mir ist kein Loch. Das seh ich nicht. Was ist das? Stimmt, das hat man doch schon. Hat das ein Lochbau und das bei Anthony? Oh, da kann ich bald eine Abkürzung machen. Ihr könnt sie nicht sehen. Fantastisch. Ich bin das. Was? Ich bin klar, so euch. Wie viele da eben auch immer ankommen. Nein. Ich hasse diese... Oh, du hast den Lift geöffnet? Ja. Oh, pickt euch. Oh, ich wollte hier rein, nur. Fuck, ich hab keine weggeheben. Nein. Und sie kommen alle. Nein. Das, das Fischer nicht gewinnen, dass sie herkommt. Nein, du gehst nicht runter. Oh, fuck. Das ist doch easy, oder? Natürlich. Hat Johnny überhaupt mitgemacht? Bei Johnny ist der Ur. Ich weiß nicht, was Johnny gemacht hat. Ich hab geleckt. Ah, ist drin. Ein neues Rad. Hat man bei Paladins eigentlich alles freigeschalten, Max? Wieder nur Raketen. Oh, nein. Champions nicht mehr. Ach so, richtig lustig. Aber die wahrsten Sachen sind eigentlich... Spielen die nicht erstmal gegen Bots? Oder können wir mit ihnen spielen? Eigentlich sollte man spielen können. Okay. Du musst erstmal gegen Bots ran. Oh, das ist ja lehn. Ja, das ist super. Die ersten Level... ...spielt man gegen Bots und man blitzt sie mitgeteilt. Und man denkt, man ist total gut. Aber vielleicht spielen wir ja dann alle gegen... ...mit Jakob. Wie hast du einen Hook bekommen? Oh, Dieter. Nein, das war definitely auch Raketen-Hugel jetzt. Hast du einen neuen Hook direkt bekommen? Nein, wir haben Raketen-Hugel. Was? Moment. Ah, okay. Okay, okay. Was? Hä? 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 Du hast doch gewarnt, Richard. Hä? Du hättest doch einfach zurückrennen können? Bei mir war es dann long way, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Oh, shit. Was ist denn hier los? Donnie. Sie... Was? Nein. Die Matt ist schon wieder total kaputt. Scheiße. Er will einfach hier warten. Wir sind alle trotzdem... Das ist bald durchgebombt. Wo sind wir jetzt? Weiter vorne. Da, wo ich gewonnen habe. Da, wo ich gewonnen habe. Also. Ja, reibs uns nochmal. Alter, wie schnell bin ich denn hierher geworden? Schneider! Nein! Holy shit, Diaka! Das ist ja schon wieder. Ohohohohohohoho! Ohohohohohoho! Das ist diese Stelle, das ist so nervig. Wenn du nicht schnell genug dort in dem Speed bist, ist das so so. Da hat noch einer Speed Schon wird das mal rückwärts Theoretisch kann man doch da hoch, ne? Ja Faktisch hat's halt noch der Wirklich, warum denn ich? Oh, fuck Oh, nein War zu langsam Nein, da war keinig zum Die ganzen Guckt mal in Hauptmann, ne, man kommt immer noch nicht durch Aber falls Nein, warum mach ich denn das? Und, Charlie kommt mir wieder durch, ich komm mir nicht durch Was, Moment Ich bin gestorben, weil die unten war Und es schon im nächsten Bereich gekämpelt hat Okay, wow Ach Gott, dammit Ich dachte, ich krieg ein Item, um da Oh, irgendwie Okay, jetzt will ich was wissen Moment, was ist dein? Warum? Die Frage ist, wer gewinnt jetzt? Nö, wer gewinnt jetzt? Ja, okay Ja, okay Aber das ist halt sinnlos Bei mir steht halt jetzt Fong, weh Hier ist auch Fong, warte, warte, warte Hier ist Fong Ich weiß, wie was ist Geh weg, geh weg Richard Alter, Richard leckt übelst bei mir Achso Geht einfach beide runter Richard, wirklich Ich hab keine Raketen mehr, warte mal, ich schau mal Was macht ihr? Ich hab auch mehr Raketen Keine Okay, stellt euch runter und schon die Box Okay, Johnny, mach Achso 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 Letze Ja Nochmal Er ist rausgefuckt Moment Bei mir war ein Loch Dann wird es doch kein Loch Das ist so verpackt Das ist doch super Was? 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 Nein Moment Nein Loops Loops Ihr seid solche Da ist das Loch Da ist das Loch Bei uns ist da noch kein Loch Also bei mir ist kein Loch Da ist das Loch Nein, da ist das Loch Ich hab da noch kein Loch Ich hab noch kein Loch nach unten von dort Was? Ah Ich besitze dort kein Loch Nein Da ist das Loch Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab halt kein Loch Aber das ist mein leichtes Überlebnis Das ist jetzt einfach nur Moment Was tun wir hier? Hallo Wird da nie jemand rauslegen? Ne, jetzt fliegt keiner mehr raus Wurde ich mal behaupten Sobald der Bildschirm ist Sobald der Bildschirm ist Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich Nein, nein, nein Ich hab dich schon rausgehauen Warte mal Hä? Ja, warum? Weil ich hochgegangen bin In dem Moment alles runtergegangen Du bist hoch Wie? Hier Johnny, hängt doch einfach fest Oder was? Ja Ne, ich spring einfach nur hoch Oh Gott, langsam Okay, ich muss in mehr Zeit rum Zurück Nein Was? Ja, ja Nein 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 Ah, gut Ich dachte ein Zug zu Ja, komm ist zurück Jetzt ist das Ding vorher nicht zu weit Ja, denn sie hätte fast Ja, stimmt Bei mir geht es halt Ich bin ja der, der Wand führt Nice Du bist ja auch der, wo es dort runter geht Dann geht es das halt nicht runter Jui, oh Ich hatte keinen Weg Ich hatte keinen Weg nach unten Ich habe keinen Loch gegeben Nein Das ist echt super ja cool dass ich mal was gewonnen habe können wir jetzt was anderes außer Raketen bekommen vielleicht ne es gibt nie nur Raketen ach Gott ist keiner so hoch wie ist es dich weggehauen wie weit keiner macht zu ist ja nett gut gemacht warum geht in meiner Raketen auf mich das geht doch gar nicht aber das war noch mal da das war echt sehr viele Raketen au was nein doch genau das wollte ich bist so Nazi oh fuck ja ich hab das weggesprengt und alles holy shit wenn ich den Endteam drunter gefahren sind sie gestorben ist das eigentlich nein Max mach das aber das war doch ich das warst du ja aber das tötet uns nein doch nicht auf mich ich bin doch nett das war mein Tod nein Gott ich wollte sie direkt da durch ich bin doch gespannt muss man den näheren Weg nehmen ich habe keine Raketen bekommen oh fuck ich habe keine Raketen bekommen au die gehen doch nicht auf mich gut die gehen doch nicht was nein aber ich habe es doch es hat mich leider auch erwischt nein ich gehe das mal springe ich dort nein 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 das ist super was nein doch nicht da runter das ist natürlich auch eine Taktik sich dort den Boost zu halten also du kannst sogar da so springen wahrscheinlich nein jetzt bin ich wegen dem Ding hoch und du bist runter das ist bitter huu das ist einfach unfair wirklich nein nein ah ich war so ganz dran ich habe es doch noch mal gefallen wow ich konnte nicht springen weil da kam drei Raketen oder so ich meine Richard wurde durch die Raketen nicht mal ausgekrempft also irgendwie irgendwas ist da falsch ja der hat der hat anstatt Paladin zum Laufen zu bekommen hat er anscheinend seine Cheeks aktiviert oh oh ich war nicht ich war nicht vorhin wie geht es jetzt hier mit oder was ich war nicht alles schlecht gut dass wir hier rum gestanden dann müssen wir uns da mit unten hier rum fahren scheiße ich habe es einfach getroffen oh shit oh shit oh shit fuck ich war vollgewicht immer noch nein ich habe mich selber abgeschlossen oh nein Max oh grad so oh für Johnny war es zu schnell nein ich habe die ich habe die ultimativem Ausstieg oh ich habe die wieder zugeleckt was was nein Moment nein wow er hat nicht mehr gewusst dass ich alles versprengt habe sehr schön ja schon aber ich dachte man kommt ich tapste recht ich habe alles kaputt gemacht holy shit ja das war es nicht wert ja ich darf nicht gewinnen wir müssen Johnny töten Richard was bei uns gibt es keinen was für ein cheater was für ein cheater bei uns gibt es keinen ich habe ihr habt alle einen boot gebackt gerade ja bei mir auch ne ich habe ein Loch das ist ein Loch ja das ist ein Loch hast du nie mit einem Löcher die keiner sieht außer ich dass du immer wieder hinkommen irgendwie nein nein wir müssen Johnny töten Richard wenn wir Johnny nicht töten haben wir von Worn das ist kein Problem ich habe ihn getötet zack das Loch das ist genau hier nein nein Alter wie viele Raketen hast du jetzt das Loch da gibt es doch dort ist alles was Richard das Loch habe ich jetzt auch das habe ich nicht das Loch ich habe ein anderes was was ist das können wir mit deinen Löcher aus dem Spiel lassen wow hey das ist ja schon gewonnen hey das ist ja schon gewonnen wow